Nach diesem nun ja etwas verstörendem Intro heiße ich euch willkommen zu meinem Let's Play von Planescape Torment. Verstörend sage ich, weil der Protagonist nicht der stereotypische Held ist. Also wir sehen da keinen Ritter in scheinender Rüstung oder einen Magier in einem roten Gewand, sondern einen ziemlich zerhackstückelten Typen, der in so eine Art Kruft gekarrt wird. Zuerst sieht er aus wie ein Toter, aber er ist am Leben und hat komische Träume oder Visionen oder dergleichen, die für den späteren Spielverlauf noch sehr wichtig sein werden. Dieses düstere Hintergrundschema zieht sich durch das ganze Spiel. Also es ist wirklich mit nichts zu vergleichen, das ich bisher sonst gesehen habe und ich habe sehr, sehr viele Spiele in meinem Leben schon gespielt. Und das macht das Spiel echt einzigartig. Dazu kommt noch ein bissiger, trockener Humor, eine Gewaltdarstellung, die man so nicht kennt. Also es ist nicht so, dass jetzt überall Blut und Splatter ist, sondern man findet halt Körperteile von sich wieder oder entfernt von anderen Leuten Sachen. Das hört sich jetzt komisch an, aber es passt einfach alles in dieses Spiel mit rein und ist dadurch etwas echt einzigartiges. Dazu kommt noch die Hintergrundhandlung. Die Hintergrundhandlung ist der absolute Hammer. Also man kann sich, wenn man will, stundenlang hinsetzen und darüber nachdenken, was genau jetzt gemeint ist, welche Philosophie könnte damit angesprochen sein oder welche Religion sogar und auch sehr viel für einen persönlich da rausziehen, wenn man sowas dann machen möchte. Für alle anderen ist es einfach nur ein interessantes Spiel, das eine coole Engine hat, wesentlich interessanter als Baldur's Gate oder Icewind Dale zum Beispiel, weil der Hauptcharakter seine Gesinnung wechseln kann. Er kann seine Klasse wechseln im Spiel und muss nicht erstmal wieder seine 10 Level hochleveln. Er bekommt Boni dadurch, an was er sich erinnert und was er erlebt und was seine Freunde und Gefährten noch alles machen und wie er ihnen hilft. Es ist alles ein sehr intuitives Spiel und hat einen super Wiederspielwert. Aber ich habe langsam genug geredet. Wir erstellen jetzt einfach erstmal unseren Charakter. Hier haben wir jetzt das Porträt von unserem Helden. Er ist der Namenlose, das können wir auch nicht ändern, das würde der Story zuwiderhandeln. Sein Porträt können wir auch nicht ändern, auch nicht wie er im Spiel aussieht. Was wir ändern können, sind seine Attribute. Da wären einmal Stärke, Weisheit, Konstitution, Charisma, Geschicklichkeit und Intelligenz. Im Gegensatz zu anderen AD&D Spielen sind hier Intelligenz, Charisma und Weisheit für jeden Charakter wichtig. Also auch wenn man einen Dieb oder einen Kämpfer spielen würde, sollte man die Stats erhöhen, denn sie sorgen für erheblich mehr Dialogoptionen als man sonst hätte. Und da ich in diesem Let's Play möglichst viel davon abdecken möchte, werde ich mich auch eher auf einen Charakter konzentrieren, der die Werte hoch hat und dafür kein besonders guter Kämpfer ist. Aber zuerst will ich mal erklären, was genau die Stats jetzt alle machen. Stärke sorgt dafür, dass man im Nahkampf, nur im Nahkampf, besser trifft, mehr Schaden macht und dazu noch mehr tragen kann. Also für einen Kämpfercharakter das absolute Nonplusultra. Danach kommt die Weisheit. Weisheit sorgt dafür, dass man Magie widerstehen kann, mehr Erfahrungspunkte bekommt, was absolut Bombe ist für jede Art von Charakter und dass man seine Erinnerungen schneller zurückgewinnt. Aber da will ich jetzt nicht zu viel spoilern. Die Konstitution sorgt dafür, dass man allgemein mehr Lebenspunkte hat am Anfang und auch bei jedem Level-Up mehr Lebenspunkte bekommt. Das ist jedoch auch retroaktiv, also wenn man später die Konstitution erhöht, wird das rückwirkend berechnet. Außerdem, im Fall unseres Namenlosen, erhöht es die Regenerationsrate. Er regeneriert so schon Lebenspunkte, aber je höher der Wert ist, desto mehr regenerierter. Charisma. In fast jedem anderen AD&D-Spiel ist das bei mir der Wert, der sofort auf Minimum gesetzt wird und danach geflissentlich ignoriert, hier auf keinen Fall. Denn, wie ich eben schon erwähnt hatte, es fördert die Dialogoptionen. Die Geschicklichkeit sorgt dafür, dass man im Fernkampf besser trifft und mehr Schaden macht und dass die Rüstungsklasse gesenkt wird, aber dass man schlechter getroffen wird. Intelligenz ist für Magiercharaktere sehr wichtig, was wir auch werden, später jedenfalls. Am Anfang sind wir noch ein Krieger, aber das kann man wechseln. Also für Magier sorgt das dafür, dass man mehr Sprüche am Tag lernt, erhöht den Zauberlevel und für Dialogoptionen wiederum. Also der sollte mindestens auf 16 sein, um nicht wie ein Halbogger durch die Gegend zu stampfen und immer zu sagen, Mies Mesh. Ja, das ist auch so ein bisschen wie bei Fallout, da kann man das ja auch machen. Wenn man bei Fallout die Intelligenz runterdreht, dann sind die Dialogoptionen entsprechend. Also ich erhöhe jetzt meine Weisheit erstmal auf 18, da ich möglichst hohes Level erreichen will und die Weisheit, die Erfahrungspunkte erhöht. Dann Charisma auf 13, Intelligenz auf 16. Einen Punkt haben wir jetzt noch über. Dann erhöhe ich Charisma auf 14, weil ich will Charisma so schnell wie möglich auf 16 bringen. Damit müsste ich auch fast alle Dialogoptionen bekommen. Und danach gehe ich dann ran, ein bisschen Stärke zu erhöhen, um mehr tragen zu können, ein bisschen Geschicklichkeit, um schlechter getroffen zu werden und Konstitution halt für mehr Lebenspunkte. Auch wenn ich nicht unbedingt in vorderster Front stehen will. Jedenfalls gegen Ende des Spiels nicht mehr. Am Anfang sind wir ja halt Kämpfer, da können wir das nicht vermeiden. Aber sobald ich meine Klasse wechseln kann, wer es auch tun. Und dann legen wir mal los. Hey Meister, bist du okay? Stellst du dich nur tot, um die Staubis in die Irre zu führen? Ich dachte wirklich, du seist ein Totenbüchler. Ja, also wir wachen jetzt in dieser Gruft oder was auch immer genau das hier sein soll, auf und ein fliegender Schädel spricht uns an. Das an sich ist ja schon sehr verstörend. Aber wenn wir an uns herabgucken, sehen wir auch, dass unsere Haut total zernarbt ist, unsere Hände auch. Und wir sehen eigentlich aus wie eine wandelnde Leiche. Dass jetzt ein Schädel mit uns spricht, hilft der ganzen Situation nicht wirklich. Also holen wir erstmal tief Atem, schütteln den Kopf und ignorieren den Totenschädel, der zu uns spricht. Und schauen uns hier mal um. Es gibt ein Schienensystem. Hier sind andere, aber die sind tot. Ja, hier sind Leichen verteilt auf ähnlichen Bänken, auf die wir auch reingekarrt wurden. Das Schienensystem dient wohl zum Transport. Und hier laufen noch Zombies rum. Aber wir scheinen uns nichts zu tun. Sprechen wir den mal an. Die Leiche bleibt stehen und startet euch mit leerem Blick an. Als du dich näherst... Als du dich näherst. Die Zahl 782 ist in die Stirn geritzt und ihre Lippen sind zugenäht. Die Leiche verbreitet einen leichten Geruch nach Formaldehyd. Ähm... Okay. Also sie sind nicht aggressiv, aber auch nicht wirklich sehr gesprächig. Das scheint wohl doch kein Traum zu sein. Dann sprechen wir mal mit dem Schädel, der uns eben gerade noch angesprochen hat. Hey Meister, bist du okay? Stellst du dich nur tot, um die Staubis in die Irre zu führen? Ich dachte wirklich, du seist ein Totenbüchler. W-Wer bist du? Ähm... Wer ich bin? Wie wär's, wenn du anfängst? Wer bist du? Ja, wir können uns leider nicht erinnern. Das Einzige, was wir von uns wissen, sind diese Traumsequenzen, die wir am Anfang im Intro gesehen haben. Das wollen wir aber nicht unbedingt gleich zugeben. Ich habe dich zuerst gefragt, Totenschädel. Ja, und ich habe dich als Zweiter gefragt. Wie heißt du? Du zuerst, Schädel. Ich frag dich zum letzten Mal. Psch... Du bist sturer als ein Esel. Also gut, dann spiele ich mal den Höflichen hier. Ich bin Morte. Wer bist du? Na gut, wenn er jetzt so direkt fragt... Ähm... Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Du kannst dich nicht an deinen Namen erinnern. Ha. Tja, das nächste Mal, wenn du wieder hier absteigst, geht's ein bisschen vorsichtiger mit dem Fusel um. Mein Name ist Morte. Ich bin auch hier gefangen. Ich dachte, wir sind in einer Gruft. Gefangen? Ja. Da du dir noch nicht die Beine vertreten konntest, sage ich dir, was los ist. Ich habe es schon an jeder Tür probiert. Dieser Raum ist fester verschlossener als ein Keutscheißgürtel. Und wie öffnet ein fliegender Schädel eine Tür? Und wo sind wir hier eingesperrt? Was ist das für ein Ort? Man nennt diesen Ort die Leichenhalle. Das ist ein großer schwarzer Bau mit dem architektonischen Charme einer schwangeren Spinne. Die Leichenhalle? Was? Bin ich tot? Soweit ich weiß nicht. Du hast aber ganz schön viele Narben. Du siehst aus, als ob irgendein Dussel mit einem Metzger dich verziert hätte. Ein Grund mehr, diesem Ort einst zu grinsen, bevor derjenige, der dich so zugerichtet hat, wiederkommt, um sein Kunstwerk zu vollenden. Ja, die Narben haben wir schon in unseren Händen und Beinen gesehen. Narben? Wie schlimm sind die? Tja, die Schnitzereien auf deiner Brust sind nicht allzu schlimm, aber die auf deinem Rücken. Morte hält inne. Sag mal, sieht ja so aus, als ob du eine ganze Tätowierungsgalerie auf deinem Rücken hättest, Meister. Da steht was geschrieben. Tätowierung auf meinem Rücken? Was ist denn da zu lesen? Ha, sieht so aus, als ob du mit Anleitung geliefert worden bist. Morte räuspert sich. Lass mal sehen. Das fängt an mit... Ich weiß, dass du dich fühlst, als hättest du ein paar Eimer Stücks Wasser getrunken, aber du musst dich konzentrieren. In deinem Besitz sollte sich ein Journal befinden, das ein wenig Licht in das Dunkel dieser Angelegenheit bringen kann. Ferrit sollte dir den restlichen Plausch liefern können, wenn er nicht bereits im Totenbuch steht. Ferrit? Steht da noch irgendwas? Ja, da ist noch ein bisschen mehr. Morte hält inne. Lass mal sehen. Das geht so weiter. Verliere das Journal nicht. Sonst wird's... Sonst sind wir schon wieder den Sticks hoch. Und was auch immer du tust, erzähle niemandem, wer du bist oder was mit dir geschieht. Denn sonst wirst du auf eine schnelle Pilgerfahrt zum Krematorium geschickt. Tu, was ich dir sage. Lies das Journal und dann finde Ferrit. Ha, kein Wunder, dass mein Rücken wehtut. Da ist ja ein ganzer Roman draufgeschrieben. Und was dieses Journal betrifft, das ich bei mir haben sollte. War da eins bei mir, als ich hier gelegen habe? Nein. Du hättest nichts mehr außer deiner Haut, als du hier angekommen bist. Außerdem sieht es so aus, als ob du schon genug von einem Journal auf deinem Körper geschrieben gekommen hast. Was ist mit Ferrit? Kennst du ihn? Niemanden, den ich kenne. Aber andererseits kenne ich auch nicht allzu viele Leute. Trotzdem, irgendein Dussel muss ja wissen, wo man Ferrit finden kann. Äh, wenn wir erstmal hier rauskommen, meine ich. Wie kommen wir denn hier raus? Tja, alle Türen sind verriegelt. Wir brauchen also den Schlüssel. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass einer dieser wandelnden Leiche in diesem Raum ihn hat. Die wandelnden Leichen da unten haben wir schon gesehen? Ja, die Leichen heilen Wärter, setzen die toten Körper als billige Arbeitskräfte ein. Die Leichen sind stumm wie Steine, aber völlig harmlos. Und würden einen erst angreifen, wenn man ihn zuerst auf die Pelle rückt. Na gut, ich soll also eine dieser Leichen überwältigen und nach dem Schlüssel durchsuchen? Tja, bewaffne dich lieber erst, bevor du das tust. Ich glaube, in einem der Regale hier liegt ein Skalpell. Na gut, in Ordnung. Ich suche danach. Nur noch eins. Diese Leichen sind so langsam wie Schnecken. Aber wenn du von ihnen eine Gelang bekommst, dann fühlt sich das an, als ob du mit einem Rambock knutscht hättest. Wenn sie erstmal die Oberhand über dich gewinnen, dann denke daran, dass du rennen kannst. Sie aber nicht. Lauf davon, wenn du ein bisschen Abstand zum Erholen brauchst. In Ordnung. Danke für den Tipp. So, und jetzt hätten wir noch die Kontrolle über Morte. Aber zuallererst speichern wir ab. Mit einem schönen LP 001. Und ja, das muss dreistellig sein.